Irgendwas muss hier doch passieren. Irgendwo... Ach, die sagen nicht Jump, sondern Jump. Okay, dann spring ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel schon vorbei wäre, wären wir einfach in diesem Raum geblieben. Das hätten wir vielleicht doch tun sollen. Aber okay, dafür sehen wir jetzt noch ein bisschen mehr vom Spiel. Es wird irgendwie schräg. Aber ich dachte, wir sind Simon. Oder sprechen wir von uns selber in der dritten Person? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, was das angeht, finde ich das hier ein bisschen schwer zu verfolgen. Ich weiß es nicht. Das klingt ja toll. Da steht ganz schön viel. Und das ist nicht normal. Ich glaube, wir hätten doch bleiben sollen. Es war definitiv die falsche Entscheidung zu gehen. Jetzt reicht es aber auch mal. Also bei der Masse an Text jetzt gerade hätten sie das auch gerne mit... mit, 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 mit... Sprache untermalen können. Schön. Wir sind durch. Nein, das war jetzt eben ein bisschen sehr viel die ganze Zeit zu lesen. Das war ein bisschen... Joa. So, wir sehen wieder nix. Oh Gott. Äh. Oh Gott. Äh. Okay. Jetzt... Jetzt ergibt das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Sinn. Speicherpunkt. Speicherpunkt. Sehr schön. Sehr schön. Und Licht, auch wenn es nur ein bisschen ist. Und ich höre hier was. Und ich höre hier was. Okay, hier ging es eben noch um. Ich sollte an der Wand längs gehen. Wand. Halt, Wand. Okay, hier sind wir definitiv falsch. Als wenn das hier an Ekel und so noch nicht reicht. Ah, das sieht ja schon besser aus. Okay, diesmal bleiben wir. Mal sehen, ob hier denn was passiert. Okay. Dann gehen wir durch. Hm. Huch. Okay. Mhm. Mhm. Super! Okay. Und wieder sind wir hier. Ach ja, hier oben war ja nichts. Die Tür ist weg. Na Mensch, immerhin eine Tür durch die bekommen. Hm, das so in der Art zumindest kennen wir das hier doch schon. Oh. Ah, den Schlüssel brauchen wir. Gibt. Ähm, viel Spaß. Da ist noch einer. Ja, kann ich dich jagen? Anscheinend nicht. An ihm nicht. Der scheint weniger glücklich zu sein. Hm, da komme ich nicht durch. Okay, ansonsten. Das sind nette Worte, die er da für uns hat. Aber. Okay. Ähm. Groß verwunderlich ist das ja auch nicht. Ansonsten scheint es ja aber nichts zu geben. Naja, ich musste. Ich hatte ja keine Wahl. Die hatte ich ja tatsächlich nicht. Mal gucken. Sonst noch was. Ansonsten wissen wir ja, wo der Schlüssel hingehört. Wow. Okay. Oder doch lieber nicht? Hätten wir den Schlüssel benutzen? So. Hätten wir den Schlüssel? Okay... You still haven't figured it out yet! Fuskanol? Hide inside of her. Do it. You're enjoying it. Relish it. Good boy. Good boy. You deserve a treat. Ooh. Close your eyes. Forever. Okay. Ah, okay. Damit haben wir jetzt auch das Ende. Und ich hab mich nochmal schlau gemacht. Ähm, wir wären das eine Mal tatsächlich durch gewesen, wenn wir geblieben wären. Es gibt in diesem Spiel insgesamt sieben verschiedene Enden. Also... Ne, vom Prinzip her hätten wir jetzt den Schlüssel an der anderen Tür benutzt, hätten wir wahrscheinlich noch ein anderes Ende gehabt. Ähm... Tja, und das kann man in sämtliche Richtung siebenmal, je nachdem wo man welche Wege, Abzweigung nimmt, hat man die Chance auf sieben verschiedene Enden. Wer das also selber auch nochmal spielen will und die anderen Enden sehen will, immer ran. Ich denke mal, es lohnt sich. Ich fand das Spiel auf jeden Fall cool. Ich fand's irgendwie cool. Es war simpel. Es war... Ein bisschen... Sagen wir mal... Es war teilweise etwas verstörend. Aber ich fand's cool. Ich mochte es. Ich hoffe, ihr mochtet es auch. Und ich hoffe, ich finde sowas auch nochmal wieder. Wenn ja, dann werde ich das auch auf jeden Fall nochmal spielen. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen weiteren Morgen, Tag, Abend, je nachdem wann ihr das guckt. Und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich schaffst. there Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020